Herzlich Willkommen zu einem neuen Part Final Fantasy X. Im letzten Part haben wir den Wächter besiegt und jetzt wollen wir weiter in Senderkant gehen. Ich hoffe, dass ich hier nichts liegen lasse. Aber ich habe überall geguckt und keine Kisten. Für 1000 Jahre, eine Stadt, die ich mit meinen eigenen Augen habe gesehen habe. Ende der Reise Yuna. Das letzte Kapitel in meiner Geschichte. Meine Gedanken, sie immer fliegeln, und dann über meine Fingern. Über die Gelegenheit, bevor ich sie mit Worten schiebe. Yuna, ich sage, nein. Wenn wir nach unten gehen, dann wird... Ich sage, nein. Riku. Du bist ein wahrer Freund. Und ich danke dir, aber... Ich muss gehen... ... zu Senderkant. Ich sage, dass wir nicht gehen müssen. Ich sage, dass wir nicht gehen müssen. Aber wir müssen wir noch ein bisschen mehr denken. Es muss eine Art und Weise sein, dass wir dich retten können, Yuna. All meine Leben... Ich wusste, dass dieser Moment kommen würde. Yuna. Danke. Danke. Riku. Danke für alles. Danke. Danke. Danke dir. Danke. Es ist übergebracht. Danke. Bitte. Yuni, nicht so, weil wir uns wieder sehen können. Kimari, gehen wir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Then, you appeared, Kamari Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, Jonas Pheroid. Die letzten Worte, die sie eigentlich aufgenommen hat, wenn sie einmal tot sein wird, wenn sie die Stille herbeigeführt hat, wenn sie es hinbesiegt hat, nochmal ein paar schöne Wörter, Worte für die Garde, uns. Ja, aber eigentlich werden wir es überhaupt schaffen, sie davon abzubringen. Ich weiß es nicht. Mal schauen, wie ich mich dabei einstellen werde. Es ist eigentlich schon sehr, sehr traurig, dieses Thema Abschied von jemandem eine lange Reise zu begehen. Zu wissen, dass am Ende dieser geliebte Mensch irgendwo nicht mehr da ist. Eine Reise des Lebens, wenn man so möchte, finde ich zumindest. Ja. Diesmal nur ein kurzer Part. Also es ist viel passiert bis hierhin. Werden wir es überhaupt schaffen, sie davon, vom Weg abzubringen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt wird die Geschichte erstmal richtig anfangen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, das heißt Final Fantasy 10. Ja, bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.